Hallo und herzlich Willkommen auf Flurender.de. Wir haben uns ja im vergangenen Video angeschaut, wie das eigentlich funktioniert mit Hartz IV, Arbeitslösunggeld I, Arbeitslösunggeld II oder Zumutbarkeitsregelung. Nun können wir uns in diesem Video anschauen, wie wir eines der größten Probleme, die Hartz IV aufwirft, möglicherweise lösen können. Einfach das Problem, das im letzten Video auch schon angesprochen wurde, dass die Differenz zwischen Nettoeinkommen und Arbeitslösunggeld II oftmals sehr gering ist. Ja, das heißt, dass zum Beispiel, wenn das Nettoeinkommen bei 1500€ liegt und das Hartz IV vielleicht nur bei 1700€, dass es sich dann wegen der 200€ für die betreffenden Personen nicht unbedingt lohnt, Arbeit aufzunehmen, zumal daheim nur noch Kinder zu betreuen sind, ein zusätzliches Hindernis der Arbeit aufzunehmen. Ja, das heißt, wie könnten wir das politisch verändern? Wenn wir uns das anschauen, wir haben hier ein Lohnniveau und hier Arbeitslösunggeld II. Und wir wollen jetzt diese Differenz möglicherweise erhöhen, das heißt, dass sich der Anreiz Arbeit aufzunehmen wieder eher lohnt. Nun, was können wir tun? Wir können zum einen natürlich den Lohn nach oben führen. Na, wie kann man das politisch machen? Wie kann man einen Lohn erhöhen? Ja, das wäre die Möglichkeit eines Mindestlohns. Also, die erste Lösungsmöglichkeit, die Differenz zu erhöhen, hätte den Vorteil, dass man das sehr leicht regeln kann. Der Nachteil ist allerdings, dass in manchen Wirtschaftsbranchen, beispielsweise Friseurbetriebe, die nicht mehr konkurrenzfähig wären, würde da ein gewisser Mindestlohn eingeführt. Das heißt, auch hier gingen wieder Arbeitsplätze verloren. Ja, was könnte passieren, wenn manche Industriebranchen eben diesen Mindestlohn nicht zahlen können? Ja, sie könnten Personal einsparen, damit noch mehr Arbeitslosengeldbezieher generieren. Das ist natürlich im Gegensatz zu dem steht, was wir wollen. Es könnte aber auch sein, dass die Firma sagt, ja, nun Deutschland ist einfach zu teuer, wir können ins Ausland gehen. Dort könnten wir viel billiger unsere Gewerbe oder unsere Industrie aufziehen. Was für den deutschen Staat natürlich auch von Nachteil ist, weil dann Steuereinnahmen wegbrechen, Arbeitsplätze wegbrechen und dann das ganze System letztendlich beschädigt werden kann. Nun, wir sehen, der Mindestlohn hat also durchaus Gefahren, selbst wenn er auch diese Differenz erhöhen würde. Nun, das könnte auch anders gehen. Wie können wir hier noch den Lohn erhöhen? Nun, indem wir einfach Steuern senken. Das heißt, die Einkommenssteuer, die ja von jedem Lohn abgezogen wird, wenn die gesenkt wird, bleibt im Nettolohn mehr übrig und diese Differenz steigt. Nun, aber auch hier hat natürlich elementare Gefahren. Nun, unser Staat hat im Moment ein recht großes Defizit. Wir haben Schulden von über 1,8 Billionen Euro. Das heißt, diesen Schuldenberg ist immer schwieriger abzutragen, gerade auch in unseren Zeiten, wo Rettungsschirme für Griechenland oder generell für europäische Staaten aufgezogen werden. Es ist immer schwieriger zu sagen, okay, wir wollen mit dem Geld haushalten, da ja viel mehr Geld gebraucht wird im Moment, als eigentlich eingedommen wird. Es ist schwierig und wird dann in Form von zusätzlichen Schulden für die späteren Generationen abzutragen sein. Also, die Gefahr im Steuersengel ist, dass es zusätzliche Schulden schafft, damit die Handlungsfähigkeit des Staates noch weiter reduziert und die zukünftigen Generationen dann dementsprechend wieder mit höheren Steuern belastet werden müssen, um es wieder reinzukommen. Wir sehen also die beiden Möglichkeiten, Mindestlohn und Steuersenkung, die daran ansetzen, den Lohn zu erhöhen, was ja für den Bürger generell eine positive Sache ist, haben beide ihre Tücken. Dennoch wären es beides Wege, um dieses Problem zu lösen. Dankeschön. Dankeschön.